Hatte das gut funktioniert? Glaub ja, oder? Nein. Nein. Ich hab gesagt, ich spiel nie wieder mit dir, weil ich abocht, Alter. Dann geh ich mit dir. Hä? Echt? Nee. Bitte? Mit Niederlage unten. Es hat doch immer rasiert, gegen den Strich. Und meine Keul. Gebürstet. Was? Äußerst in der Musik. Don't switch. Was ist der Switch? Ist der Deutsch? Hey, Spanien ist geil. Spanier, drin. Aha. Ja. Vor allem, wenn du unter denen liegst. Biss. 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 Also Blitz-Trang und Lux gegen Miss Fortune, Morgana und Niederlage. Alter. Alter. Schnell, singe, beeil dich, sonst kommt die Miss Fortune runter. Das war ein bisschen... Ich muss noch kaufen, ich muss noch spell dich. Schnell, kauf, schnell. Du musst fertig sein, dass du dich kaufen. Zurück, jetzt. Aus zum Tower. Biss du, die hat Pech. Kann jetzt junglen. Nice. Hey, die kann echt junglen, nein. Hey, wir haben keinen, wir haben noch einen Jungler. Ja, wir haben einen Jungler. Ja, na, okay, ja klar. Die muss irgendwie Mitte oder Top gehen. Ja, die MF geht Mitte. Kennen geht Top. Wow. Hey. Muss doch irgendjemand fehlen. Muss doch irgendjemand, muss Fortune gehen da Mitte. Ach so, alles. Geh, 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 hoch. Komm, wir gleich. Nein, Miss Fortune, du kommst jetzt nicht mehr runter. Das sind wir, ich auf jeden Fall. Schade. Nee, die stehen gerade gestunt. Okay, da ist er. Oh lol, der kommt rein. Nee, kommt er nicht. Was tut das? Warum hat er seine Q? Okay, hier ist er. Ja, ich komme. Nee, nee, nee. Ist egal. Die Miss Fortune geht fort. Warum mache ich Backcore? Oh, alter. Alter, was machen die denn? Ist er über 2 oder was? Er ist ja über 2.2 oder anders. LOL. Ach so, ich stehe in Verschissen. Ja, ich muss nur erst mal einplayen. Ich habe eine lange Zeit lang nicht mehr mit... LOL. Okay, tschüss. Alles klar! Ich habe eine lange Zeit lang nicht mehr mit Morgana gespielt. Da muss man das wieder ins Blut bekommen. Kannst du da warden? Ich mache hier. Ja, warte vielleicht schon den Ward haben. Äh, den, den. Den Large Tid. Den CS. Den was? CS. Go. Danke, die Miss Fortune pimmelt jetzt irgendwann... LOL, junglet die jetzt oder was? Nee, die geht hoch. Die geht hoch. Jetzt sind zwei Mitte. Okay, ist der Jungler. Dein Ding. Guck mal, der will kommen. Was? Ein Vollidiot! LOL, der geht drauf. Ich habe ich Neid drauf. Das kriegst du nicht mehr. Kriegst du nicht mehr. Aber, warte, vielleicht schon noch? Alter, Luxe und Blitzcrank, dass du komplett bogen bist. Kriegst du nicht mehr hin. Äh, sieg dumm? Kann nichts. Ja gut, mein erster Stun war halt auch. Dann vorne kann man in die Minions rein. Mein erster Stun war halt auch, ne? Ja! Die, du zusammen, Alter! Alter! Der, der, der war, Alter! Leute! Alter! Der kam! Der kam! Oh mein Gott! Aber die Lux dafür. Ist da ein Lux? Ja, ne, okay. Ah, fast. Ja, das war zu weit, also. Quatsch. Die hab' ich? Okay. Wo ist denn der Wortabteil wieder hin? Was ist das? Guck dir das... Hast du da auch so'n Grafik-Bug? Nein. Das ist bei mir einfach so'n roter Ständer, Alter. Was? Bitte? Ja! Guck dir das da mal im Video! ÄH! Loll! Alter, ich zerberste alles! Ja, ohne meine Hilfe wäre das... Juhu! Ne, ist echt so, Alter. Dieser Auto-Attack, Alter. Flasch ist draußen. Und tot. Hat die geflasht? Ja, die hat ja geflasht. Also, der Auto-Attack ist ja noch zwei Meter hinterher geflogen, Alter. So geil! Und der auch noch! Na gut, fast. Ja. Ich muss mal gucken, ob ich meinen Schild... Jaja, ne. Ich mach dann meinen Schild, pass mal auf. Ja. Okay. Alles klar. Mach da mit in die Minions rein. Mach ich auch immer. Läuft easy, funktioniert auch gut. Oh! Loll. Wollt er kommen, ne? Okay. Alles klar. Das Timing, Alter. Es kann sein, dass er jetzt, ähm... Dass er jetzt... Äh... 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 Alles klar. Haben wir aber gehen. Ich hab mal Auto-Attack. Ja, wer... Winkst uns da an? Winkst du vorsichtig sein? Alles klar. Weiß ich nicht. Kann natürlich sein, dass er jetzt... Luxus wieder da? Ne, ne. Ist egal. Komm. Hab ich, ne? Hier kommt's ja nicht gesagt. Ja, ne, warte. Ja, ne, warte. Warte. Ja, mal ward rein. Aha. Ich weiß nicht. Haben dir das gewordet? Hast du Mana? Hast du irgendwas? Irgendwann nicht. So schlau sind die, ne? Luxus. Alter. Ah! Loll, ich hab keinen Dings mehr. Ja, mach deinen Abgang. Die Luxus sind sonst. Oh, lol. Hey, wie kommt ihr da rum? Das soll ich nicht so ein Problem sein. Coole Luxus. Oh, lol. Ach, das geht ja. Nuspring hat mich geltet? Ja, ja, mach ich. Ne, ich geh raus. Also, ich komm. Hey. Was ist das jetzt? Wo ist jetzt der, der am meisten Damage macht? Ach, die haben den Gerwen? Oh, lol. Ja. Ja, werf mal den Schild Luxus. Macht Damage. Denkt es nicht so. Level 20. Easy. Oh. Oh, wer hat die da reingelaufen? Oh, hat Zaurian's dann gemacht, ne? Hat sie verkackt. In 25 Sekunden hab ich wieder Mana. Das ist ganz praktisch. Die hab ich? Sie kommt ja wie bestellt. Ja. Also, so schlecht dodgen kann sie nicht. Kannst du da warten? Sie kommt wie bestellt. Ich hab da andauernd schon gewartet. Nein. Halbe Minute nur. Brauchst du mehr Worts? Ach so, Mana halbe Minute auch, ne? Warte. Oh, lol. Lass mal stunnen lassen. Ja, warte. 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 Oh, Mann! Halbe Minute ist schon rum. Nein! Acht Minuten noch. Hä? Acht Sekunden. Alles klar. Acht Minuten. Der Blitzcrank. Das ist echt so. Krass ist er. Oh nein! Pass auf! Oh Gott! Ich hab dir Dings gegeben. Vielleicht gar nicht mal so nötig. Hast du mal angefangen, ne? Boah. Ähm, ja. Aber ich werde wahrscheinlich dann bei Level 6 backgehen oder so. Okay, da, 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 da. Da. Ich könnte rein stunnen. Ja, Lux. Ja, da ist Lux. Vorne. Die war da rein, die war da. Das war so klar. Ich bin extra noch zur Seite gelaufen. Alles klar. Ich kredite. Duuuuut. Immer back. Supert, Alter. Ich wollte eigentlich auch backgehen, wenn ich Level 6 bin. Ja, kannst du nachmachen. Ja, mach schon. Alter, der Blitzcrank ist so dumm. Da kommt er da ran, Alter. Lol, der Chang ist da. Warum, ne? Ja, ich mein, dass unser Chang immer gang ist, oder? Oh, ja. Ich mein, gut. Aber ich mein, du kannst jetzt gehen. Ist jetzt nicht so eng. Naja, bleib mal dabei. Ja, ne, warte mal. Na. Alter. Kann ich mir ja nach Will, lol. Okay. Das wird jetzt kritisch. Ja, komm ich nach Haus. Wow. Hat er mich gebrackt. Walter, wir müssen jetzt anfangen, den mal zu bürsten. Aber soll ich dich gegen den Strich auch nicht kommen? Ja, hab Quatsch. Ja. Sehr süß. Sehr süß. Sehr süß. Sehr süß. Sehr süß. Ich komm mal da hin. Ähm. Ja. Mach mal am besten, mach mal am besten der Mord hin. Hab ich nicht. Okay, hab ich erst in 43 Sekunden. Weil ich würd gerne mal hier die, die Krabbe machen. Weil das macht ja unser Chang irgendwie, ne? Okay. Damit wir ja wenigstens ein bisschen Wüscher haben. Ah, der Tower pusht gerade. Also uns da. Wo ist das Ding hin? Okay. Haben wir den ja schon gemacht. Ne, dann wär's ja da. Ne, ne. Das kann sein, dass die den gemacht haben und der jetzt erstmal cooldown hat. Ähm. Okay. Hä? Vor allem das wechselt, obwohl du nix gemacht hast. Wissen nicht. Dann ist es bei irgendwem anders abgefallen. Oh loil, alter. Alter! Du würdest ulten können, ne? Wär tot gewesen. Wär der tot gewesen? Ja. Wär hundertprozentig tot gewesen. Ja. Hab ich das gar nicht so mitbekommen. Oder würdest ulten müssen in dem Moment, wo er dich rangezogen hat. Weil dann hätte ich zwei Mann Speer, einmal vorher, einmal nachher. Guck mal. Der wird gleich wiederkommen. Guck mal. Oh loil. Ja. Schalt die Luchse, ne? Der wird mich wieder ranziehen. Oh, hätte der. Oh loil. Oh loil. Loil. Von der Distanz werde ich so viel schaffen. Der hätte. Der hätte. Hätte, hätte. Bleibe Fahrradkette. Schade. Ich hab gedacht, die läuft weiter. Wir haben gewordet da drin. Ja. Okay, jetzt dann. Netter Stunt. Autsch. Was ist der Blitzkrieg? Der ist hundertprozentig backhalten. Wahrscheinlich. Lux hab ich. Oh, das kann nicht sein. Alter. Alter. Los. Ja. Müssen halt aufpassen, dass wir eine von hinten. Alter, was mach ich denn für ein Teppich. Was ist denn? Ich muss halt bloß aufpassen, dass eine von der Seite oder von hinten da China kommt. Oh loil. Okay. Oh loil. Alter, als ob die mich noch bekommen hat. Nein. Ist nicht dein Ernst. Das ist nicht. Das ist nicht. Der Ernst. Ihr Bot, alter. Alter, es ist jedes Mal so, wenn die mich noch bekommen hat. Wenn die Bot abgeht, dass die Wichser runterkommen. Da kannst du drauf schwören. Das waren gerade alle Bots. Sogar der Garin hat sich von unten runter teleportiert auf einem Bot drauf. Und die Akali hätte ich noch gekriegt. Jetzt ist das nicht unsichtbar gemacht. Ja klar, alter. Was machst du denn da? Ohne. Gammeltunter. Vor allem, wir kriegen nie einen Junger-Tanker. Ja. Das war hier natürlich. Oder auch nicht. Ich kann nicht mal reden. Ja. Die Dillern werden jetzt unseren Tauren abonnen. Bitte kackt Vollkorn ab. Boah, die Looks eigentlich. Wäre das schon so ein lecker bisschen. Muss man ein bisschen abholen. Na ja, jetzt kommt sie, Alter. Wo die ganze Party vorbei ist. Krass ist er. Da wird's holen. Ja, nice. Oh lol. Die ist übelstloh. Ach nein, sag's nicht. So eine Lux-Ult wäre jetzt echt übelst nice. Ja. Warum lässt sich Cannon denn von Akali holen, Alter? Pass auf, da kommt Akali gleich wahrscheinlich. Kannst du da one? Bleib mal hier. Was ist das denn für ein Ward von mir gewesen? Ist der drin? Ne. Aber da können wir jetzt ja ein bisschen pushen. Schwierig. Alles klar. Ich weiß, was soll ich eigentlich machen? Ich weiß, wenn ich das mache. Ja, halt. Hinter uns, hinter uns. Jungler. Jungler? Und nicht nur. Nicht nur Jungler, Garen. Okay, weg, 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 weg. Was? Wow, ich geh wieder drauf. Das ist so lächerlich. Alter, jedes Mal. Warum kommt da kein Gang? Warum kommt da kein Gang? Alles klar. Alles klar. Oh wow, Alter. Ey Leute, ist das denn euer Ernst? Das ist so ein Witz. Alle Kills auf der Bot-Lane. Alle. Es sind vier Bot-Lane. Das sind echt alle Kills, die wir haben vom ganzen Team von uns. Ja, es ist wieder genau diese Charakteristik. Alles klar. Jawohl, Alter. Coole Looks. Alter, die Looks. Alter, ne? Kann man so bad sein. Wo ist das? Was ist denn das? Cannon, lol. Okay, erstmal gestunt. Da ist irgendwo Lee Sin. Auf jeden Fall aufpassen. Okay. Geht's back, ne? Okay, da ist umgoin. Alter Cannon, geht da nicht so Whisky hier. Mann. Unge. Ah, schade. Hä, will die Drake machen, oder was? Mhm. Find ich gar nicht so ne kluge Idee. Na, ich will eigentlich... Ne, 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 ne. Können den... Da ist Oli Sin, da ist Oli Sin, da ist Oli Sin. Da ist auch ein Luchs. Ja, Luchs. Pff. Ja. So sieht's aus. Okay, da oben ist's. Boah, wie die wieder nippelt. Wie sie nippelt. Alter. Oh, jetzt rank out hoffen. Pass auf, jetzt rank hofft oder die... Okay, na genau deswegen. Boah, jetzt hab ich da auch noch ein Dings gegeben. Dauer gehen. Da ist ein Board drin, das ist gut. Oh, lol. Ich dachte, ich hätte meinen Stun. Jetzt hab ich meinen Stun irgendwo hin in die Leere gemacht. Das gibt's doch nicht. Pass auf, da ist jemand drin. Ja, ich weiß es. Du weißt es. Okay. Okay. Okay, die ist fast dauernd. Olle AK, die, Alter. Da ist er. Die ist so am Arsch. Lohle ich mir noch. Lol. Alter. Ist nicht den... Ja, genau diesen Turnaround-Boy hab ich mir jetzt geholt, Alter. Krass bist du. Ey, ganz ehrlich. Es ist wieder genau dasselbe, dass die alle ihre Lane nicht halten können. Und wir dann die Leidtragenden sind. Es ist echt so. Ohne arrogant zu klingen. Aber es ist jedes Mal dasselbe. Junge, der Dilifert nicht. Oder die. Oh, nice, Alter. Nein, es war der MF. Okay, jetzt nicht mehr. Oh, Leute. Da kommt der Kali. Alter. Ich geh immer aus meinem Scheiß-Stun. Ich geh den immer übelst easy dodgen kann. Boah, ich geh weg. Okay. So. Oh, Alter. Der Gowen, Alter. Wow. Nice, Alter. 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 Alter, der Tower nennt. Er hat 85 HP. Das ist ein Witz. Die haben bis jetzt noch kein Tower von uns bekommen. Doch einen. Hä, welchen? Welchen Tower haben die von uns bekommen? Mitte. Hä? Mitte stehen ja mal drei. Ja, stimmt. Du hast recht. Lol, was? Wen hab ich denn da gestun? Oh. Die Lux ist quasi down eigentlich. Oh, ich würde unglaublich gern da rein ulten. Oh, ne Scheiß. Das wär mindestens ein Double Kill, glaub ich. Ah, Scheiß. Der geht down. Da gehen zwei down! Nice. Pass auf, da kommt ein bisschen, ja. Ja. Kannst du da warnen? Ich mein, ich hab hier die Wolkenpüche eben gewordert. Jetzt rennen alle dahin. Ja, ist auch gut so, wenn alle dahin rennen. Wenn der da nämlich Gründe gewesen wäre. Ja, klar. Aber die guten wahrscheinlich zwar ist, ob das hätte sein können. Dann hätte man den Easy wegmachen können. Wenn da nur zwei oder einen reingerannt wären, die tot viel ist. Was tanke ich denn, Tower? Ja, mein Gott. Ja. Der geht schnell. Oh. Lol. Ups. Wow. Das hat's gerade echt gebracht. Ja, was machen wir jetzt? Declarity? Ja. Gut. Ja, weiter pushen. Andere Lens gehen gerade. Wenn wir hier. Oh, Lee Sin. Dieschen. Äh. Würde ich nicht reingehen. Nee. Alter, als ob die schon wieder zufört auf der Poplane sind. Jo. Lass mal da reingehen. Lass mal da reingehen. Da oder da. Ne, lass mal lieber da reingehen. Weil da mal wird. Oh, lol. Alter, wie der dadurch scha... LOL. Was? Der stirbt. Ja. Nice. Was? Wie der nix kann. Wie der nix aushält. Ey, Mann, das ist Blitzkrieg. Ich dachte, das ist ein scheiß Tank. Nicht, wenn der gegen uns spielt. Alter. Wir nehmen sie alle. Coole Lux. Von hinten. Alles klar, Lux. Der Ward ist abgelaufen. Schick. Oh, pass auf. Weg, 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 weg. Oh, wie der Ward wieder ins Leere ging, Alter. Oh, was ein Arschkind, Alter. Der Ward. Jo. Noch. Alter, was? Die haben beide aber ge... Never! Oh, diese Lee Sin, ich hasse ihn. Geflasht. Oh, warum kann man denn im Shop nicht... Ich versteh's nicht. Er ist grad gestorben. Gegner. Akadi. Top. Lane. Oh, Leute. Oh, der ist weg. Oh, der ist weg. Oh, der ist weg. Ja, nice, Alter. Sag mal, was macht den... Was machen die? Den, Alter. Nichts können. Back. Lass mal über da gehen und lass mal die... die... die Lux abholen. Ich würd nicht back gehen. Ne. Jetzt. Wow. Warte. Warte. Warte, warte, ich... Ich... Ne, ich komm jetzt ohnehin. LOL! Oh, wie sie nichts gemacht hat. Okay. Hast du grad irgendwie so einen spontanen... Wunsch zu junglen, oder was? Wunsch zu junglen, oder was? Oh, Mann. Menschenlöchern passe ich einfach nicht durch. Alles klar. Komm gleich hinterher, wo auch immer du grad hingehst. Ja, ich wollte eigentlich mal Mitteabgängen, dass wir mal den Tower da machen. Ja. Oh, ne, loll, da ist Lee Sin. Hä? Haben das grad beide nicht gecheckt, oder? Steil ausgelesen? Und ich bin Level abbekommen, dass ich dadurch... Der Storch. So beim... beim vorbeilaufen. Oh, loll. Oh, loll. Ne, da kommt Akadi, da kommt Akadi. Yo, Stunt! Können sie noch sterben? Ne. Ne. Ne, 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 ne. Lux? Ja, warte. Ich würde lieber safe gehen. Weil ich kein Mann habe. Ich mein, es sind zwei von denen... Hm. Sehr nice. Jakadi... Oh, weg ist er. Oh, läuft von hinten! In down! Oh, Gott! Hab ich gleich mal Panic geflasht, oder? Junge, geh doch weg! Ja, ich wollte gucken, wenn der Dispin noch rankommt... Ich geh aber auch mal weg. Ich geh weg. Ich geh weg. Es war nur Gaben, aber... Junge. Wow. Warum die solche Fehler machen, ne. Ja, 7-1-3, das geht noch. 7-1-3, das geht noch. Alter, das war jetzt das erste Mal, dass die Akali gestorben ist, ach nee, die ist eigentlich gestorben. Schade. Das macht stimmt. Warte mal. Ja, Ren ist aber auch nicht so krass tanky, dass die Sin, dass die Sin, dass die Sin. Ja. Hat er gewartet. Das. LOL. Alter, wie viel Dämmel. Ja, lass dich abholen. Wow. Hätte ich vielleicht noch was machen können. Alter. Hier kann irgendwo die Akali kommen. im Gegner-Jungle. Ja, da ist er. Hacking ist das richtig. Ja, das Team ist eigentlich echt nicht gut. Vor allem, wir haben überall, aber die checken es halt einfach trotzdem nicht. Das ist der Shit. Wow. So Karin ist tatsächlich echt nicht so ganky. Ey, so ganky, so tanky, so ganky, Alter. Ja, vor allem der Spring halt auch absolut gar nicht. Loll. Was steht der AFK rum? Oh, Akali. Ah, die securet das jetzt die anderen natürlich alles. Was? Ah, wo ist die Olle? Ich hasse Akali, ne? Alter! Was macht der Juge? Nein! Loll! Der Skill schmuck! Der war legend, Leute. Hat er Akali? Ah, wer ist nicht weggelaufen? Wer ist nicht tot? Kann da irgendjemanden wollen? Aber den Tower machen wir trotzdem. Die ist traurig! Alter Pringo! Deine scheiß Katz-Teppich-Ding, Alter. Vor allem, ich glaube, das Legen, das macht mehr Damage als das periodisch. Ja, ja, ja. Das auch. Deswegen kille ich damit halt teilweise Leute. Ne. Die ist tot. Ich auch. Hinter uns. Hinter uns. Ja. Genau, das ist das Problem gewesen. Kann ich, glaub ich, nicht ganz so viel machen. Ich wurde halt im Tower-Radius gestunt, ne? Ja. Oh, Mann. Oh, Mann. Ich fress den Besen, wenn wir das Game gewinnen, Alter. Okay, scheiße. Ich mach das aber echt so. Ähm. Jedes Schimpfwort, was gesagt wird, flieb sich raus. Wenn's ne vergesst. Und jedes Mal, wenn ich's vergesst. Geh mal bitte schnell ganz runter. Ganz schnell runter. Ich bin tot! Ja, schnell. Oh Gott, jetzt haben wir ein Problem. Sei mal schnell tot, Alter. Ja, der Tower, der kriegt gar nicht so schnell. Nein. Ne, mach mal so. Ja, toll. Ich piep's. Ich piep's alles raus, was irgendwie Schimpfer da sind. Ne? Warum? Und jedes Mal, wenn ich's nicht mach, darfst du mir ne kleine Bestrafung geben. Aber warum? Weiß nicht. Aber warum rauspiepsen? Das ist doch voll dumm. Okay, lass ich's mal. Lass die Sinn. Okay. Ja. Warum pingt der uns? Oh! 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 Lol! Wie die immer jedes Mal aus dieser Kacke rauskommt. Ohlle. Alter, das ist so nervig. Wie die da wirklich sich immer rausholen kann. Riechtige Beutunte. Ja. Tatsächlich. Wie Ryan Steckel. Ich bin hier. Ja, jetzt machen die Tweak, ne? Herzlichen Glückwunsch. Der Sound kommt irgendwie voll spät. Was? Lol. Wen hab ich da drin gestern? Darren. Nice. Oh lol. Nein. Lol. Ich hab irgendwas getan. Nice. Du weinst. Der hat immer sein, sein, sein Tun. Halt. Den hab ich nur. Ja, den hast du auch. Nice. Was? Das wäre mir ganz lieb, wenn da jemand geworden könnte. Hab ich keinen. Was sind die denn alles? 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 Äh, ist... Ne. Was ist los? Hier ist die Arcade. Die ist versucht. Alles geht vorbei. Alles klar. Redemanswatchen kann nix. Lass die doch! Machen! Also... Die ist dumm. Die ist echt gut. Kastet komplett aus. Die ist eigentlich echt nicht. Die Anna ist unten bei Redscoring. Aber ich glaub, die... Können die ihn schaffen. Mach die da unten. Die steht nur rum. Ich weiß es nicht. Ich glaub, die wartet. Und wo ist die los? Wenn irgendjemand kommt. Geh doch drauf, Alter. Was macht die denn? Der ist sogar low. Ja. Ne. Top Tower haben wir. Ja. Ne, haben wir halt nicht. Na klar. Ja, die haben Top Tower. Haben wir bekommen gerade, oder? Nein, die haben den gemacht. Nein. Nein. Ich hab ein Problem. Ja, ich komm grad. Aber... Geron hat mich geholtet, aber die... Die... Akali hat mich hundertprozentig ab. Ja, du bist da. Das ist so ne olle Tunte, Alter. Jetzt mach den doch! Lol, was macht die olle Foot denn? Wow. GG. Wow. Danke. Halt deinen Maul. Ja, gerade viel, ne? Ne. Was soll ich denn tun? Ich hab keinen Mana. Cool, Leute. Oh, schade, Alter. Das ist klar. Das ist ja so geil. Leute, Canon hat einfach mal den mit Tor gepusht. Ich glaub, das könnte noch ein spannendes Spiel werden. Oh. Lol. Lol, ich hab den durchgestannt. Hättest du mir den gestiert, ne? Ne, ich hatte das. Entschuldig, vorhin da. Pass auf. Ne, lass mich nicht machen. Ich muss lieber die Lux mal machen. Jaaa. Ja, genau. Alter, dieser Blitzcrank, der nervt mich langsam. Garen nervt. Jaaa. Akadi sowieso, aber der Rest ist kein Ding. Haben die den eigentlich irgendwann mal gebufft? Ich weiß nicht, der ist irgendwie voll krass geworden, glaub ich. Wow. Als ob du nix getroffen hast. Als ob das genau an der vorbei geschliffen ist. Ich versteh manchmal die Hitboxen wirklich nicht. Okay, Gavin ist ein Brusch, definitiv. Ich glaub, von lol hat echt so ein bisschen seine eigenen Hitboxen. Also, ja, ist klar, irgendwie, aber... Bot ist problematisch, ne? Ne, hat Diana. Ja, ich hab die gestunt. Ich geh mal... Ja, ne, der Bot drauf fällt. Ja, trotzdem muss da mal jemand hin. Ja, mach ich gerade. Ah, okay. Schade. Also, wir haben eigentlich die krasseren Late-Game-Champs. Ich glaub, das wird im Late-Game... Vielleicht sich nochmal turnen. Oh. 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 Haben wir eigentlich jemanden, der gefeadet ist? Ne? Akali. Nein, wir. Gott. Achso. Weiß ich nicht. Ne, ich glaub, Akali ist nicht mehr so das Problem. Ich glaub, Lee Sin ist echt noch mehr gefeadet. Oh, lol. Lee Sin ist hier. Ich weiß. Ah, stimmt, Lee Sin ist echt schlimmer, aber der kam mir bis jetzt nicht so schlimm vor. Hm, ich weiß nicht. Ach, das kann nicht sein. Oh, die haben da gewartet. Alter, aber ich glaube, wenn wir das verlieren, dann liegt's echt an unserem Scheiß-Team. Pass auf, da ist Gavin. Ja. Weil wir haben unsere Bot-Lanes so solide gehalten. Oh, yo, Alter. Muss weg, ich hab kein Mahler. Das ist mehr. Man müsste eigentlich immer mal hochgehen und die Lux abholen, weil die ist easy-free-carry. Dafür würde man eigentlich gut gefeadet werden durch. Das stimmt, hm. Ich konnte grad irgendwie nicht... Wollen wir mal die... Warum ist eigentlich die Bot immer so Sau gepusht? Weil die keiner rauspusht. Das Forschung geht immer mal hoch und Mitte sind wir ja andauernd. Aber runter geht halt keine Sau. Aber runter geht halt keine Sau. Wir müssen halt jetzt mal entweder den in die Nipido pushen oder die anderen Lanes pushen. Weil ich glaube, ein Teamfight bringt ja nicht viel. Ja, man wirst da halt wirklich mal separat pushen. Nice. Von hinter mir, hinter mir kommt Garen. Ja. Die Akkadi. LOL. Die hat sich aus meinem... Okay, nice. Soll der Garen? Hä? Wie einfach nichts. Der kriegt nix ab, Alter. Na, ist egal. Ich werd den jetzt auch nicht verfolgen. Ja. Jetzt ließ Sinn? Ja, selbst. Oh, ne. Oh, ne. Garen, wir kommen Miss Fortune. Höchstwahrscheinlich. Ich komme. Oh, Leute. Ich komme. Jetzt hab ich den Red Ruff gehittet. Ich komme. Kommst du? Ja. Aber warte. Ich bin jetzt so schnell. Ich bin jetzt so schnell. Ja. Ja. Ja, okay. Da kommt der auch noch an. Oh, nein. Nein. Was für Raken. Crocodoodle, dick. Oh, jo. So tight. Was? Na, egal. Unser Jungle macht, glaub ich, auch langsam. Besser was. Boah, wir müssen unbedingt was machen. Wir müssen mit pushen. Irgendwie split pushen. Oder irgendwas. Keine Ahnung. Aber, man. So kriegen wir das nur rum. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Versuch da mal ein bisschen top zu gehen. Ja, mach mal. Ja, wir haben den Drachen bekommen. Alter, die Luxi ist so schlecht, alter. Hä? Lol, wie hab ich den Kribbel krumm? Pff. Zwei HP übrig gehabt. Teleport. Jetzt hab ich den Dings gemacht. Oh, lol. Das ist geil. Okay. Sehr nice. Baron. Ne, ich würd gerne mal die top... Oh. Ja. Hab ich grad schon gepinkt. Boah. Aber die wird eh wieder flüchten, irgendwie. Oder nicht alle killen, Alter. Die immer raus, Dash. Ich hasse das. Alter, was. Machst du dir die Ult? Hm. Ich glaub die Akali ist nicht so. Wenn der da schön reinballerst. Ja. Oh Gott. Schön in die Olive Food rein. Ah. Da ist unser. Oh oh. Der könnte antworten. Ah, ne, macht er nicht. Hast du? Okay. Ja. Fast down. Blitzkrank. Ah, fast. Save the damage gemacht, Alter. Ne, das ist schon was gratis. Was gratis. Was gratis. Was gratis. Kein Niederlea. Äh. Alles klar. Niederlea. Wenn du Niederlea sagst, sag ich das Niederlea. Voll lobig. Alter, hat die Lux! Oh mein Arm, der ist grad so... Fruschter Luft. Okay. Hm. Okay. Also ich glaub die Luxe wird einfach immer mal... Abgeholt. Ja, glaub ich auch. Gott, hier ist grad Action. Wie das... Wie diese Markierung sich die ganze Zeit zwischen... ...mir und dir hin und her... ...jumpt. Das ist... Nice. Oh yo. Schön. Du musst ordentlich Damage kassiert haben. Oh nein. Hm? Was? Das ist safe. Okay, gut. Die, die... Dings, die Splitpusher... Äh... Die Splitpusht schonmal. Aber da kommt jetzt Akali. Oh, die werd ich so abholen. Ne. Hat sie noch geholt. Nice. Na gut, ne. Hast du grad den Drake gepullt? Oder haben die den schon gemacht? Ah ne, der ist in 3 Minuten... ...der ist wieder da. Ne. Alter, der ist so tanky. Juhu. Juhu. Echt, der... Alter. Ach, ich... Okay. Du hast den. Alles klar. Alter. Clarity. Ja, hätte ich. Aber ich würde erstmal... Ich geh jetzt mal kurz dahin. Also... Oh. Dann, ähm... Fack. Alter. Alter, die... Akalia ist auf. Was ist das für ein Vieh, Alter? Ja, natürlich. Alter, feedet die bitte noch mehr. Was willst du machen, gegen den Scheiß-Champchen? Ja, nichts könnte man... Ja, nichts könnte man... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Vielleicht mein viertes Item. Alter, die ist halt schon Level 18, ne? Oh, lol. Ach, come on! Ach, come on! Na, gut. Die ist in der Mitte. Also... ... ... ... ... ... ... ... ... Okay. Mal über eine Scheißping. Alles... ... Ja, man hört. Klar! also ein stehendes ziel, alles klar, ne, weißt du mir scheiße der hat den Weg bei mir hä, der stand ja, ich hab scheiß Pink gerade, 5908 warum weiß ich nicht oh lol, alter, warum macht ihr auf einmal so viel Damage machst du doch gar nicht die hatten mir gerade, doch pass auf, da ist Gavin müsste mal jemand worden, ja, ich hab doch gesagt ja, Sinn ist nicht nur Game, da ist auch nicht Sinn nice da kommt jetzt nämlich dran alter, weißt du oh, oh jo zwischendurch, ausgeportet, easy warum denn aufgeben, das macht doch gar keinen Sinn alles klar, alter alter, wenn das Team noch weiter so rumspackt, ey dann werden wir das wirklich losen richtig nervig alter, hör mal, als ob die Bärmen gemacht haben ich hab gerade ohne Pinkfocken 600 ein bisschen was alter, warum weil alle scheiße sind alter, wie du die Vassal noch nicht mehr, ja, alter, Leute alter, wie die sich alle ach Leute, wirklich ja, da ist jetzt hier Feierabend wow alter, wasss alter, wasss da kannst du echt nix machen bei so nem Team, alter wow na gut wie 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 Vielen Dank.